Wir haben noch einen Held gekriegt und ein paar gestorben. Deko, Kerzen, Kerzen. Und zwei, drei, eins, zwei, drei, Kerze. Kerze da, Kerze da, oder? Da, oder da? Ne, da. Ja, kommt hin. So, drei bis da, drei bis da. Und hier? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Da kommt eine Kerze hin, ne? Ja, da ist doch wohl was schiefgelaufen, ne? Ja. Und dann kommt die da hin, und dann kommt die da hin. Und dann kannst du die hier anloggen. Und die kannst du da auch anloggen. Tja, jetzt ist die Frage. Kannst du auch anloggen machen? Ja. Und dann gehen wir zur Deko nochmal hin. Das ist hier. Und dieses Teil kommt da hin, ne? Gucken, ob der da rübergehoben wird. Ja. Da haben wir es sowieso irgendwie anders. Das wäre jetzt richtig, ne? Ja. Da ist rübergesetzt worden da gerade. Und da auch noch anloggen. Undock. Undock. So, dann haben wir das auch fertig. Gehen wir da hin. Dorthin. Und ziehen das Stück gerade hoch. Und dann sollten die das da hin machen, ne? Oder? Ja. Ja. Setzen sie alle einen um. So, das gleiche passiert dann hier. Auf dieser Promenade, oder wie man das nennen möchte, ne? Unlock und Unlock. So, und dann, zack. Da hin. So, wer packt es jetzt an und macht es rüber? Keiner, oder? Da ist der Erste. Kommen sie alle und machen das. Nur die Kerzen. Die will keiner umsetzen. Keine Ahnung warum. Hier sind irgendwelche anderen Kerzen hingekommen und die Angelockten sind da, ne? Warum haben wir das jetzt hier richtig gemacht? Ja, das passt. Kommt wohl doch hin, ne? Jetzt können wir hier mal gerade überlegen. Das müsste ja dann so sein, oder? Ja, machen wir mal. Ja, machen wir mal. Aber hier ist Wasser, da geht das nicht, ne? Na ja, dann ist das halt so. Na, das ist so. Haben sie was zu tun, auf jeden Fall. Ja, hier fehlen noch ein paar Kerzen, ne? Da war eben ein Jingle für was? Helden? Komisch. Ist da oder da? Ist da. Und da. Und da. Und da ist genau die Blume, wo das hin müsste, glaube ich, oder? Da kommt trotzdem noch ein. Äh. Ja, passt. Gut. Destroy Stone und Herz entstellen. Haben wir's. Ja, hier sind keine, die da hingestellt werden. Auch sehr interessant. Wir können das ja mal refreshen hier. Und da ist auch eine fehlend. Ist so, ne? Ja. Hm. Hier ist ein bisschen Chaos, irgendwie so mit den Kerzen, ne? So. Die Kerzen sind hier schon mal richtig, ne? Und die wären im Haus, alles klar. So, die macht Licht, aber da drinnen macht keiner Licht, okay? Okay. Aber das ist halt so. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kerze. Cut den mal da weg. Da muss eine Kerze hin. Fertig. Und diese können wir anloggen, ne? Drei, sechs. Und die Kerze passt sogar hier. Aber die passt da nicht. Okay, die haben wir da hingestellt wegen der Kante vom Haus. Da müsste die ja da hin. Können wir da mal anloggen, bitte? Da kommt die da hin. Kerze hier hin, oder? Jetzt weiß ich nur nicht, ob's passt. Ja, passt. Jetzt ist er da, ein, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Passt. Die ist auch schon richtig hier. Die sind auch richtig. Passt. Ne, die passen auch. Okay. Äh, da passt eine jetzt nicht. Die müssen wir noch anloggen. Das ist die. Vielleicht ist das jetzt doch mal richtig hier. Und hier sieht's jetzt alles schon wieder schick aus, ne? Oh, wo ist denn einer gestorben jetzt hier? Warum ist hier einer gestorben? Und wo ist er gestorben? Und warum? Edmund Howell's Die. Oder Diez. Oh, sieht man jetzt hier nicht, oder? Hinter der Tür, oder was? Keine Ahnung, oder hier im Gang? Ne, keine Ahnung, wo der gestorben ist. Oben drauf war es nicht. Egal. Ja, egal. Jetzt nicht wirklich, aber nicht schön, ne? 58 von 80. Haben wir noch ein bisschen. Gut, äh, die sind noch alle am Laufen. Ich denke mal, wir gehen mal gerade runter, gucken, was da unten so los ist. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir. Da müssen wir mal schauen. Hier kann man noch was entdecken. Da liegt ein Helm rum. Da ist schon ziemlich entdeckt. Hier geht's noch weiter. Da gibt's noch Maze. Iron Maze. Hier kann man noch entdecken. Ich wollte gerade sagen, sind wir in der Pause, aber nein sind wir nicht. Da läuft irgendwie noch ein Held rum. Gut. Wo geht der hin? Wieder hoch wahrscheinlich, oder? Wo geht's hoch? Keine Ahnung. Da. Und da war noch ein zweiter Held. Und da unten ist noch einer. Vielleicht entdeckt er ja noch ein bisschen. Ja, man steht jetzt auch gleich hoch, oder? Neuer. Ja, sieht dann aus. Da kommt Neuer. Er hat sich über irgendeine Maske geholt. Ja. Was war da, dass er da in der Ecke gelaufen ist? Lacht da was? Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Ah, da ist noch jemand. Aber den hat er mal ratzfatz kaputt gemacht. Ja. Die Ecke hat er entdeckt und die wird auch nicht anders sein. Hat er auch entdeckt. Super. So, gehen wir hier noch hin? Mach's ja nicht, ne? Aber er geht hier hin und entdeckt da was. Komm, guck mal hier noch in die Ecke, dann haben wir das auch. Hm. Ja, schade. Ah, er hat ein bisschen mehr gesehen. Und da ist noch ein Feuer. Oh, hier ist noch ein Party. Okay, aber die sind nicht hinterher gegangen. Der Stone Troll und der Fire Head sind da geblieben. Sehr interessant. Hätte ich jetzt mitgerechnet, wie er das hingekriegt hat, weiß ich dann auch nicht. Weil normalerweise zieht er die ja nach. Jetzt ein Ghoul, oder? Ne, ein Vampir ist es. Und da? Iron Golem, okay. Und ein grüner, ein Blue Slime, nicht ein grüner Slime. Da ist ein neuer Held. Und der geht wohin? Woanders. Okay, der geht auf jeden Fall hier was Neues entdecken. Die Ecke hat er leer geräumt. Jetzt lassen wir ihn hier noch bitte hinlaufen. Gibt sogar eine Buchsplatte. Hat er aber nicht genommen. Okay. Und jetzt? Zurück geht's da nicht. Ne, ne. Geht eine andere Ecke. Ja, gut. Hier, geh mal durch. Das ist eine gute Idee. Also da ist nichts. Gut. Das ist super, dass er so eine Ecke schon mal durchsucht hat. Das sieht doch richtig gut aus, ne. 1500. Na, der geht noch nicht hoch. Ich dachte, der geht hoch. Ah, da ist noch ein paar Leute, die kann er hier mal gerade angreifen. Gute Idee. Den blauen Schleim und dann geht er aber. Okay, dann nicht. Ich dachte, er hätte noch ein paar mehr mitgenommen. Ah, da kommt aber schon der Nächste. Und noch einer. Gehen aber unterschiedliche Wege. Aber der eine kommt hier hin, wo die schon sind. Oh, der hat einen Durchgang da gefunden. Und er macht jetzt den Stone Troll kaputt. Würde ich hoffen, ne. Ja. Ja, er ist gesund. Okay, und den Fire Head nimmt er wieder mit. Super. Geh mal ein Stück weiter. Ja, hat er alles entdeckt da. Das ist gut. Okay. Auch schön die Ecke entdeckt. Passt erstmal. Da ist der nächste Held. Wie geht der lang? Auch wieder hier unten. Ja. Okay. Na, hier unten sind noch ein paar. Geh doch mal da hin und mach da mal was kaputt. Los jetzt. Der Steingolem. Ne, Iron-Eisen-Golem. Okay, da war noch ein Held unterwegs. Er geht weg und er geht gucken. Okay, hier gibt es noch ein paar Wege, die er da entdecken kann. Warum nicht geht er da auch rein. Das wäre ganz nett. Okay. Ja. Und da ist auch jemand. Auch ein Eisengolem. Und hat er kaputt gemacht. Ein Ogre. Und Sneaker Blade Wizard. Okay. Den konnte er nicht. Da ist er dann abgehauen. Okay. Und da ist er hier oben geschlagen worden. Wunderbar. Okay. Da war ja noch einer, der so langsam war. Ne? Oh, da geht aber woanders. Die gehen aber woanders lang, oder? Hier ist ja noch eine andere Ecke. Aber da können wir auch was entdecken. Also alles gut. Ja, geht er noch weiter? Ja. Da muss ja noch ein Raum hier sein dann. Gehen wir weiter. Ja, schade, ne? Jetzt geht er wieder zurück. Das ist nicht gut. Und er hier. Oh, wir haben drei Helden verloren. Okay. Oder vertue ich mich halt mal 10. Ich meine, wir werden 10, ne? Das ist schlecht. Der da ist auch ganz langsam. Der hat wahrscheinlich voll Hunger. Naja. Aber eigentlich wollen wir ja unten noch was sehen, ne? Hier. Geht's hier noch weiter? Ne. Hier hat keiner was gemacht sonst. Das ist neu entdeckt, oder? Bin mir nicht sicher. Könnte aber sein. Äh. Wo gehen die hin? Nach oben? Die gehen nach oben. Ah, hier werden sie aufgehalten. Und? Hier wird der Spaß auch beendet. Die beiden waren stärker. Oder wie viel waren sogar drei wohl? Na ja, okay. So, das war die letzte Ebene. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal hier wieder eine Pause. Wenn ihr noch kein Abo gemacht habt, dann tut das. Und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.